gibt es ja noch irgendwas tolles zu entdecken also ich glaube nicht dass da ganz am anfang was war an diesem einklotz da links das glaube ich nicht da habe ich ja auch schon mal geguckt aber ich gucke doch nicht da unten was da war ich ja auch schon wahrscheinlich ist es in einem anderen level ja wahrscheinlich man kennt ja die post dafür ist aber 99 münzen stimmt und jetzt habe ich 0 ich muss hier weg ich muss ich habe ja 100 soll ich zocken ja auch einmal kann man schon ja mindestens mindestens so ne da ich versuche es mit dem 2 ja super aber einmal geht noch ne ja also jetzt auf jeden fall ja ich behalte ich behalte umso weniger muss ich später farmen so geh raus geh raus so nein nicht gucken so ja suche ich jetzt noch nach dem i oder gehe ich erst mal weiter gucken ich glaube ich gucke erst mal ein bisschen weiter weil ich jetzt nicht hundertprozentig weiß welches level ich spiele erstmal noch ein bisschen weiter wenn denn das zählen irgendwann mal durch ist sehr schön äh den boss hatte ich ja gemacht ne ja ne habe ich den boss schon besiegt ne ne habe ich nicht habe ich nie stimmt da fehlt noch was 30 schon wie viel gab es insgesamt 40 oder mehr ich wollte da gar nicht rein ich habe auch gleich nach oben gelenkt da guck mal das für mich ist das ein hase der nach vorne guckt mit nase zwei augen ohren oben und ne kleine mütze auf dem kopf und ne kleine mütze ja sieht so aus ja will ich jetzt hier schon reingucken ich lese du kannst ja gar nicht da unten lang warum nicht weil du keinen stampfer kannst ich bin doch schon durch nein ich meinte dieses aua äh da auf der rechten seite das aha da waren doch so so klötzchen ich hab das nicht gesehen ich dachte ich hätte einfach oben weiter gehen können dachte ich ist aber egal vielleicht war ich auch blöd keine ahnung ja guck mal was hier so kommt ach so ach so ach so meinst du das ja du penner jetzt kommst du da nicht mehr durch ich hab den nicht beachtet ich hab den nicht voll genommen den typen ja vielleicht ist da ja was 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 wenn ich diesen block mal treffen würde ja damit kommst du ja weiter da nein ne ich nicht mehr gut gehen wir wieder zurück wenn wahrscheinlich eh nur münzen ich geh da jetzt mal von aus ein checkpoint den nehmen wir mal im endboss kann man das mal machen ja münzen münzen und tot tot ich wollte dich töten bist du noch da ja oh nein ich meine nicht dich ich weiß das wie ich weil ich da zurückgegangen bin weil ich ist er jetzt noch da und du ja ja dass du noch da bist habe ich bemerkt alles ist blöd das mag ich ne das ist gut so das mag ich nicht was denn das das was jetzt kommt hier mit diesem ruhig das ist so die erinnern mich so ein bisschen an super mario boss 2 was ja eigentlich kein mario spiel ist aber nach toll ich hätte ganz gerne irgendeinen genau irgendein groß macht ding und da ist ja gar nichts mehr da oben wahrscheinlich muss ich ach so da geht es noch weiter puh ok gibt es hier was tolles vielleicht ein endboss weiß ich nicht noch ein teil ja hier sieht das riecht nach endboss ja ok ich weiß doch gar nicht ob da jetzt schwer ist oder überhaupt was für einer kommt keine ahnung ok es ist ein vogel ok da ist ein gift symbol da muss ich wahrscheinlich irgendwas gegen schmacken vogel was mach ich denn jetzt mit dem muss ich auf seinen kopf springen vielleicht sieht so aus ja ok das ist jetzt nicht so schwer wenn da jetzt nicht noch was groß zu kommt ach ich kann doch einfach beschmeißen oh scheiße vogel vogel was das fand ich jetzt nicht nett ok hast du einen checkpoint gehabt ja und so schwer ist der vogel ja auch nicht und vielleicht bleibe ich ja sogar groß bis zum endgegner was ich sehr begrüßen würde vielleicht vielleicht ach so ok kacke ab müssen wir übrigens auch mal wieder machen mhm das ist ganz ganz wichtig die geräusche von dem vieh die nerven mich so so viel viel neue kacke rausgekommen ja gibts ein paar schöne neue videos ich glaub die besten hab ich dir oder was weiß ich jetzt gar nicht ich glaub ich hab dir nicht eins hatte ich dir mal geschickt ne ja das war auch geil das war doch das über dieses aerobik ding da oder was ist das aber ja das war so gut dieser dildo oder was wie das da hieß das war so geil das war herrlich das war richtig gut weil sie euch da draußen das wundert was reden die da ja wir reden über youtube kacke videos das ist schon geil die ganzen animationen die der da noch gemacht hat ey das kam schon sehr sehr professionell rüber auf jeden fall so jetzt geh doch mal da rüber Mario ok zumindest bin ich groß noch apropos ich bin groß ich muss gleich mal kurz was erzählen das oh nö no das hat's ja richtig gelohnt so was machst du für Geräusche äh ich bin am mitfiebern ja ach das war ja auch unfair naja was ich sage ich war ja am letzten wochenende auf der IWA in Nürnberg war das da wo du mir das Bild geschickt hast genau richtig ok und das war ja die internationale Waffenmesse die ist ja natürlich nicht für Jugendliche äh doch nicht geeignet logischerweise ja und dann ja ich hatte alles zurechtgelegt ne dann brauchst du eine Einladung hatte ich noch einen Gutschein dabei und irgendwie noch so eine Legitimation und was du alles haben musst damit du überhaupt reinkommst und dann stehe ich da so Steffi geht zuerst durch wird so durchgewogen hält alles vor ok ich geh hinterher halt auch alles vor und dann halt guck so was ist denn los und sie so ja der hat genau das gleiche den können sie durchlassen ja wie alt ist er denn und ich so ich guck den ganz entsetzt an 31 aber ich war echt schon ein bisschen patzig ne und er ja ok geht durch oh wie geil ich so hallo ich seh doch nicht aus wie 17 weil ich verstehe es ja dass man sagt ich seh vielleicht jünger aus als ich vielleicht bin aber doch nicht 17 ich seh doch nicht aus wie 17 also ganz ehrlich da war ich schon ziemlich angepisst ich denke das kann nicht angehen der Tag fing richtig geil an also 17 mal ehrlich ich seh nicht aus wie 17 nee nee danke also boah ich denk das kann nicht wahr sein das ist super vor drei jahren da wurde ich das letzte mal glaube ich bei bei silvester knaller gefragt nach dem ausweis und danach war das dann nicht mehr so ich denk ah endlich endlich hört's auf und jetzt werde ich dann tatsächlich mit 31 jahren nochmal wieder gefragt nach meinem ausweis es ist das unglaublich es ist echt nicht zu glauben so vogel so ja okay das war aber unfair ja aber dafür wurdest du nicht klein gemacht na gemacht alter hast du ein glück ich verstehe grad nicht was ich da gemacht habe ich habe mit dem ich hatte mit der linken hand getrunken und musste mit der rechten hand den linken stick berühren das habe ich grad nicht so richtig hingekriegt nein nein oh nein das ganze schöne jeld okay komm nochmal da nein okay einer geht noch ja gut jetzt kannst du dich auch verschärbeln also komm dreimal ist da keine Niete ach ja schön puh läuft okay ja ja immerhin fast 100 das ist doch okay so jetzt haben wir schon über 4000 äh 4000 3,8 so kann ich rechnen so okay warte oh Gott oh Gott äh ja gut ja ich darf gar nicht wieder zurück ich muss jetzt hier weiter machen auch interessant oh nee ich sehe schon wieder eine Lore da oben ja parsley woods okay du sagst hm das sagt dir schon was ja ach komm ich sehe diese felsen angerufen ja genau da gibt es auch ein geschlüssel ein geschlüssel ja ein geschlüssel ja ich weiß jetzt nicht ob das genau in dem level ist ja da gab es mehrere von dieser sorte ja das war da 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 nein ich habe das auch nicht verstanden was ich gesagt habe darf ich darf ich mich auch über die physik von den steinen aufbauen die physik die physik mit ü hast du das so gesagt vor allem physik mit ü das weiß ich noch aber das war ein ander wurde physik gesagt das war ein anderes level aber weiß ich nicht ich war auf jeden fall mit diesen ollen kacksteinen äh harga morga harga morga harga morga ganz böse ganz böses level war das jetzt toll da unten drin ja das war toll so ich glaube ich scheiß was auf die münzen gehe einfach auf mich obwohl jetzt kann ich auch unten lang draußen ipad o das ist das erste mal dass mich glaube ich zu geist getroffen hat ok gleich verliere ich wieder einen schatz oh Ja, genau. Komm her. So, dann. Einsamme. Ich bin nicht froh, wenn bald Wochenende ist. Oh, ich auch. Das war eine richtige Scheißwoche. Oh, bald habe ich aber herzmäßig ein Leben. Das klingt auch komisch. So. Da soll sie dich immer festhalten. Das nervt total. So. Und jetzt kommt der Dope, ne? Ja. Hui! Okay. Da kam aber noch einer. Hier so, ne? Ach, ich bin doch groß gesprungen. Ich habe einen Laben. Das ist schön, aber da hinten kommt jetzt noch einer. An dem bist du eben gestorben, der jetzt kommt. Ja. Hui! Alter. Kommt der nochmal jetzt? Ne, ne? Ne, gut. Nö. Hui! Äh, guck mal, der kann tot gehen. Der kann tot gehen. Ja, ein Felsen, das hat mich jetzt schon verwundert, dass der sterben kann. Es ist halt ein Spiel, der darf man nicht vergessen. Da ist alles, da ist alles möglich. Kann ich da runter? Nein, 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 nein. Es gab irgendwo so eine Scheißstelle, weiß ich. Da musste man irgendwie irgendwo drunter schwimmen, glaube ich. Aber frage mich jetzt nicht, ob das dieses Spiel war. Jetzt war doch irgendwie bei Yoshi oder so. Bei Yoshi! Ja, kann man ja mal verwechseln, die beiden Spiele. Oder bei Mario World oder so. Auf jeden Fall nicht hier. Ja, gut, wenn du das sagst, glaube ich dir das. So böse ist das Spiel, ne? Naja, naja. Checkpoint. Obstsalat. Obstsalat. Ja, Obstsalat. Obstsalat. Genau, so. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, ich wiederhole mich. Oh, oh, oh. Ich möchte jetzt gerne die Münzen haben. Das ist gerade so mein rettener Strohhalm. Alter. Ja? Alles gut? Was ist das hier? Oh, da kann ich hochholen. ruhig. auch geil ein fliege ding ein herz das ist ja das recht bisher noch recht diese stelle hier ja das eben war kacke alles aber das hier geht jetzt das hat ein geräusch gegeben das hat irgendwie ich hab da irgendwie gegner oder sogar hat da kam so ein geräusch als hätte ich den gegner getroffen das kannst du jetzt nicht beurteilen weil du hörst nicht okay hier ist ausgang aber vielleicht gab es in diesem ersten level noch keinen schatz aber ich weiß dass es hier um einen schlüssel gab das weiß ich auch noch er habe ich weiß wie das ende aussieht okay das war's nicht mann ja guck da kommt jetzt traurig ja jetzt will ich mich verpissen ich habe doch erst 70 genau so ist besser ich habe ich habe immer noch so kleinen vorsprung durch die 700 hatte ich einmal eingefahren sage ich mir jedenfalls so ich glaube schon so okay wahnsinns fortschritt okay wo kommen wir hin wo kommen wir dahin oh nein da sterbe ich doch gleich wieder mal diese musik schlüssel aber wesels habe ich diesen scheiß geheimgang hinter mir ich glaube so einer kommt nicht nochmal ne äh ok geht aber so ich hab doch gehört ich bin ich bin gesprungen ich habe A gedrückt Mann das fand ich jetzt sehr sehr unfair vor allem weil ich jetzt gleich tot bin ja ich kann da ja auch nichts für ich hab dich ja auch nicht angeschrien das war nicht so genau ich meinte eigentlich eher das spiel du bist dran schuld huaba Ich seh nix bestimmt muss ich mich gleich irgendwo entscheiden und ein weg ist falsch ich seh schon kommen Hallo Ich bin gerade gespannt ja gespannt ist nicht der richtige ausdruck für mein empfinden wie ein flitzebogen ich möchte schon wissen was da ist ne könnte ein schlüssel drin sein das war böse ich durfte nicht nach links lenken hallo ja ja komm ist egal ja klau mir irgendeinen schatz ja nimm den weg mir doch egal da fehlt ein buchstabe okay den buchstaben mitgenommen ja gut zweimal gestorben aber okay noch ist die session ja nicht zu ende ich kann auch ein drittes mal sterben so rein da okay immerhin sind wir wieder hier schön ich möchte trotzdem wissen was da war verdammt muss jetzt ja das war jetzt wieder total der sprung selbst für mich doch ist machbar ich nehme einfach gar keine wagen mehr mit manchmal ist es echt besser glaube ich einfach hier zu fuß durchzulatschen ohne die loben war wieder so knapp ja will ich da jetzt hingucken oder nicht bei meinem glück ist das nur ein scheiß herz ich glaube ich habe es aber auch versucht also ich wusste es ich finde das gut wie du den einfach in den abgrund untergeschubst hast ja ist da jetzt kommt ich will das herz nicht haben bestimmt ist ein schlüssel drin aber ich will es irgendwas das wo das spiel dich gerade hin los warum nehme ich den eigentlich mit für den vogel ja hat eigentlich geklappt ich gehe mal raus besser ist es da muss ich aber nur stellen vorbei passiert mir eigentlich nichts aber ich würde erst gar nicht so ende im gelände ja dankeschön werde groß was ach waterfall ähm